Jede Geschichte hat ihren Anfang. So wie die von diesen gutaussehenden, fröhlich lachenden Nerds. Würdet ihr euch als Nerds bezeichnen? Ja doch, würde ich schon sagen. Nee, echt jetzt, auf keinen Fall. Wow, also wenn Nerd bedeutet, dass wir mit Leidenschaft bei der Sache sind, dann? Ja? Ja, wobei, doch. Die drei legten all ihr Potenzial, ihre Ideen und Hoffnungen zusammen. Schaden eine ganze Meute aus talentierten, anderen Nerds um sich und gründeten BitBase. Hä? Wie? BitBase? Die kenn ich nicht. Ah, also gut, nochmal auf Anfang. Wer seid ihr? Wir sind die Gründer von BitBase. Softwareentwickler und Berater, die unseren Partnern digitale High-End-Lösungen anbieten. Ach, die hier, das sind drei ganz liebe Burbe. Was aber tatsächlich hinter BitBase steckt, sind nicht nur harte Zahlen und Fakten oder Einser und Null. So programmiert man heute doch gar nicht mehr. Sondern eine Geschichte, die die Menschen hinter BitBase geschrieben haben. Also, was bedeutet BitBase denn für euch? BitBase bedeutet für mich, dass ich mich bei jedem Projekt selbst weiterentwickeln kann. Ein visionärer Softwareanbieter und Entwickler. Internationale Vernetzung, aber trotzdem im Ländler daheim sein. Ein echt Allrounder. Konzeptionen, Prototyping, Feintuning, Implementierung und Betreuung. Das alles ist BitBase. Aber BitBase hat mir auch Perspektive gefordert. Hier kann ich mein Talent nutzen, um Produkte, die ich unterstütze und in denen kann ich mit Ergullo sagen, dass ich teilzunehmen. Oh, das hast du aber schön gesagt. Ich glaube, das kannst du am besten beantworten. Okay. BitBase ist Heimat für Softwarelösungen, die einfach, wirtschaftlich, zuverlässig und dabei, wenn notwendig, absolut individuell sind. Ja, das würde ich so unterschreiben. Wirklich? Was diese drei Nerds gemacht haben, als sie 2002 ein Startup gegründet haben? Sie haben ihre Geschichte geschrieben und sind wohl noch lange nicht fertig. Das ist BitBase. Das sind wir. Das ist unsere Geschichte.